Da nur wenige Komponenten des Prococini mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, ist der Prococini schnell und einfach zu reinigen. Die Kartusche ist Spülmaschinen geeignet. Für eine erweiterte Reinigung des Prococini wählen Sie im Menü die Option Reinigen aus. Nach der Produktion können Sie die Klappe und den Stempel entnehmen. Nach dem Reinigen bringen Sie alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder an.